freunde des guten geschmacks willkommen in einem neuen video wenn ihr das seht sind wahrscheinlich gerade draußen temperaturen die einfach nur eklig sind scheiße sind und kein bock machen deswegen habe ich das video aufgenommen bisschen gute laune verbreiten bisschen sommer auf euer handy fernsehen oder wohin auch immer bringen ich sag's euch es ist ein hammer geiles winter heute ich werde mir wahrscheinlich das video selber angucken im unter mir denken alter ich vermisse die zeit auf meiner harley sound dieses gefühl ich weiß nicht wo wir jetzt mit diesem kanal stehen vielleicht haben wir das erreicht was wir erreichen wollten mit dem partnerprogramm schauen wir das wäre schon mal mega nice vielen dank auf jeden fall vielen dank dass ihr auch gerade in dieser jahreszeit dieses video hier klickt freut mich nice soll wir fahren gerade aus mal gucke hier nicht dass hier zügig um die autos fritzler war man let's go gerade aus das biergarten der nehmann kurz platz na was wartest du kommt da noch was ich sehe das nicht aber passt heute mal eine kleine runde bisschen durch hier ein bisschen rumcruisen euch mal ein bisschen mitnehmen wieder wie gesagt einfach nur mal ein paar minuten sonne rüberbringen ein paar minuten gutes wetter freue mich unglaublich auf die nächste saison das wird geil sagt euch das wird wieder geil ich freue mich auch jetzt wo ich das video aufnehmen schon auf die nächste saison sagt euch ich feiere es also weil ich auch einfach unglaublich gespannt bin was alles noch passiert über die wintermonate das war ein niederländer die hatten gerade auch eine gopro dabei aber an einem stab hochgehalten ein bisschen gefilmt auch geil vor freunde geil wie gesagt ich habe keine ahnung wo dieser kanal steht wenn dieses video online geht aber ich weiß was davor der letzten zeit immer passiert ist deswegen ich gehe nur davon aus dass es gut ist es vielen dank dafür das sind aber auch hier dörfer und straßen aber so kaum was los alles geil bin hier sehr gerne unterwegs hier links rechts alle sandkruten sie wird überall abgebaut wie ist das eigentlich bei euch also seid ihr jetzt gerade während ihr das video schaut also um diese jahreszeit seid ihr unterwegs also habt ihr ganz jahres angemeldet oder auch wie ich saison oder wie macht ihr das könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr wie gesagt auch saison angemeldet habt oder gesagt ich sage mal so es ist ja eh nicht mehr richtig krasser wind aber mir geht das halt auf den nerven mit dem salz wäre das salz nicht würde ich gar nicht schlimm finden das problem ist wirklich einfach nur das salz habe ich halt einfach keinen bock drauf ich habe einfach keinen bock drauf dass dieses salz gerade bei diesem geschichteten motor und so ne das frisst sich ja auch überall so krank da rein da habe ich halt echt keinen bock drauf was ist denn eigentlich hier los mit den ganzen baustellen und geschwindigkeitsbegrenzung das ist ja unnormal geworden kann man eigentlich überhaupt noch irgendwo eine straße fahren ohne dass irgendwas kaputt ist baustelle ist oder alter leute das war früher mal cool der flora geboten war immer riesig also beim alten kraftwerk da waren wir megacool aber auch schon jahre nicht mehr da gewesen Freunde an dieser Stelle vielen Dank fürs Reinschauen vielen Dank für alles ich hoffe es hat euch gefallen mal ein bisschen Sonne reinzubringen mal ein bisschen Sommerfeeling rüberzubringen und ich würde sagen wir sehen uns auch im nächsten Video ich freue mich auf die nächste Saison mit euch vielen vielen Dank für alles Freunde haut rein bis zum nächsten Mal ciao